Muss man 30 Minuten ins Wasser legen und dann ausdrücken. Ja Leute, weiter geht's mit dem Gaming Room und danke für den Tipp, Bro. Ja, ich habe diese Akustik-Schaumstoff-Matten hier ausgepackt von Amazon und die sahen so richtig zerdrückt aus. Dann habe ich sie einen Tag liegen gelassen, ist schon ein bisschen besser geworden, aber die sehen auch immer so richtig billig aus. Und jetzt werden die mal geduscht. Also, schön nass machen, die gute Olga, die guten Matten und dann werden wir das Ganze hier mal ausdrücken und das Ganze dann mal einen Tag trocknen lassen, bevor wir die Dinger an die Wand kleben. Ich habe geschaut, ich habe natürlich auf Geringverdiener wieder mal die ganz billigen gekauft, da gibt es aber bessere, also passt auf, wenn ihr das kauft. Jetzt war es Zeit für den 3D-Drucker, also mal den 3D-Drucker rauf, dann auch noch mein ganzes Zeug für das Basteln wieder einpacken. Ich habe die Tage ein paar Sachen zu reparieren, ich habe eigentlich null Zeit dafür, aber ich werde es irgendwie machen. Aber davor muss mein ganzes Zeug natürlich wieder mal hier sortiert werden. Ich habe nämlich gar keine Ahnung mehr, wo die ganzen Werkzeuge sind.